Kommen die mir hinterher? Nee. Ja, die treffen uns eh irgendwo. Ja, spätestens da dachte ich mir schon. Meckerle zu viel. Kassak Doven, Armored Military Beast. Holy Shit. Könnt ihr euch auf eine Reihe stellen? Ich hab keine Lust, dass ihr mal außen rum kämpfen muss. Wir befinden uns. Sie sind sehr gut trainiert. Cats? Nein, sie sind wie sie. Ihre Familie verwendet ihr monster wie das? Niemand hat mir gesagt. Sie werden uns nicht überlassen, sind sie? Sie sind ziemlich smart für die Beasts. Also müssen wir ihn einfach runternehmen. Wahrscheinlich. Schöne Tiere brauchen sterne Disziplin. Es ist Zeit, um dieses münches Feldstudio zu Ende zu beginnen. Klass 7, Gruppe A. Kommen die Anstrengung an den Tieren. Okay. Ja, gut. Das ist gleich mal ein Crit Hub, Alter. Maki und Judas können auch linken mit einer anderen. Flameslash. Keine Ahnung. Flameslash. Keine Ahnung. Flameslash. Und ein Crit. Alter Scheiße. Was hält der aus? Okay. Warte mal, wo ist die Annen? Aha. Ich dachte, die können jetzt verlinken. Ich hab Schiss, dass die was für sich was machen. Geh mal da rüber. Okay, 600 mit Resist. Mein Turn. Rapid Trust. Ne, das sollten wir normal angreifen. Wobei wir vielleicht doch mal einfach Earthlands reinmachen können. Okay, Erde Resistenz gegen Erde. Mein Turn. Heat Wave. Hier geht's. Lass es mir. Ich meine, ich könnte auch einfach mal nachschauen. Crest. Grand Earth Protection. Arcus, aktiviere. Danke. Ja. 57. 50. I'll handle this. Hmm. Be gone. Ha! Ah! My Turn. Okay. Es können übel werden. Je nachdem, was die noch können. Too slow. Right. Alle Jungs, ihr könnt doch jetzt einen Link machen, oder? Achso, die sind verlinkt. Warte. Scheibenbar. Break Shot. How about this? Now! There! My Turn. Target locked. Okay, dann dürften wir eigentlich relativ viel drunter kriegen. Motivate. Alright, let's do this. I'll handle this. Double Cracker, was? I'm sorry, everyone. Too slow. Okay. Okay, das ist nicht so geil gewesen. Thanks. Right. Äh... Energy Shell. Oh, ist da nur einer? Ja, dann können wir auch Ding machen. Aber mal Craft. Ne, das können wir so lassen. Arzt. Tier. Arcus, aktiviere. Sehr gut. Sehr gut. Target locked. Mein Turn. Warte mal. Impression. Leave it to me. Crest. Recurio. Äh... Break Shot. How about this? Go! There! My Turn. Okay. My Turn. My Turn. Thanks. Here we go. There! Very well. It's my turn. How about... Now! There! Okay. Target! Very well. Die Sau überlebt halt auch die ganze Zeit, ne? My Turn. Doppel Cracker. Doppel Cracker. Alter, warum immer auf mich? Okay. Leave it to me! Ah, der hat auch kein Break Shot mehr. Go! Kinder, Kinder! Ah, der hat überlebt. Very well. Won't give up. Okay. Okay. Warte mal. Ich kann doch jetzt auch Essbreak machen, ne? Flames! Get out of my... Okay. Schön, heili, heili geben. Ich kann auch keinen Doppel-Tracker mehr ausführen, oder? Au! Zieht er jetzt mehr? Oh, ich hab das. Ähm... Swap... Gleaming Blades. Wow. Der hat ja gar nichts gebracht. Aber hey. Kleiner Drecksack. Oh, er hat 100. S-Break. Crystal Saber. Und wie viel? 1600. Äh... SCP geht hoch. Ha! Okay. Analyze. Wenig spät für Analyze, aber... Right! Ne, ist wirklich gegen alles, ne? Einfach hoch. Er hat halt 18.000 Energiepunkte, Experimental Monster Train, bla bla. Ist halt vor allem gegen Entfernungsattacken, ist er schwach. Wie geht's? Wie geht's? Hier geht's! Ich werde das behandeln. Mein turn. Es ist mein turn. Boah, okay. Sie ist schlecht dafür. Stärke hoch. Attack Line. Analyze Beam of Luna Light. Arcus, aktiviert! Here we go! Da bräuchte ich jetzt den anderen. Soul Blur. 100 EP. Mach! Will ich jetzt sehen. Sehr gut. Blind Seal... Petrified. Wow. Ja. 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 Alter, da gegen Resister. What? Shit. Here we go! Ne, müssen wir draufhauen. Ich werde so nicht verlieren. Ja! Nein, Telesa ist wiederbeleben, ne? Da, Terara. Ah. 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 Ich denke, ich sollte dir bedanken. Der zieht halt zu viel ab, der Drecksack. Mein turn. Best Break. Flameslash. Flameslash? Sehr gut. Ach, scheiße. Das ist vorher dran, ne? Art. Was ist das? Ha! Ah! Das ist eine kritische Heilung. Äh, kritische Heilung. Scheiße, tatsächlich, ja. Es ist meine turn. Wie geht das? Zu slow. Ja! Warte mal. Swap. Ich bin sorry für die Probleme. Wir machen es. Silverthorn. Confused. Ja, ich hätte es vielleicht erscheinen sollen, ne? Na, egal. Hier! Ich werde das machen. Ja, Mann. S-Break. Crystal Saver. Hau rein! Tod? Ash, du dreckiges Biest, ey. Oh, Mann. Oh, Gott sei Dank. Zu slow. Go! Es ist meine turn. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Target... Jetzt! Gotten! Meine turn! Er war's. Cut! Er wollte jetzt nicht sterben, ne? Na gut. Oh. Draufhauen einfach. How pathetic. Ruh! Von 1, 2, 3, 4, 4, 4... Schau... Wieder decid prixkim. Gewbie. Beleโ weibring. Ja, ich dachte, wir sind fertig. Ich habe keine Worte zu lassen, die Filthy-Beasts zu machen, um mich zu trainieren oder anders zu machen. Honestly, jetzt, das ist nichts mehr passiert, du weißt. Look, wer spricht. Du griffst wie ein Idiot. Nicht so viel wie du bist. Da geht's. Jetzt kriegen wir eh Unterstützung durch den Weißhaarigen. Diese Zeit, sind Sie so stolz, um in eine Celle mit Rägenitz zu bewerben? Wenn Sie uns bewerben wollen, gehen Sie direkt vor. Lord Yusas! Was sind Sie hier? Ich dachte, dass Sie sich in der Mansion befinden. Ich bin zurück in meine Studierungen. Also, was soll es sein? Accusieren meine Künstlerinnen von diesem crime will also implicate mich. Wir können nicht unsere Künstler auf Lord Yusas legen. Silence! Nicht even Lord Yusas hat das Recht in einer Militärung. Nichts, dass wir einen Künstler in unsere Künstler, direkt auf die Ordnung seiner Gründe. Enough! Wir sind nicht die besten Freunde, aber ich bin Yusas Albarea. Ich werde nicht nur aufhören und sehen, dass ein meiner Künstler ist unter falschen Künstler und in einer Art in einer politischen Krieg. Lord Yusas! Yusas! Wir haben unsere Ordnungen, und nichts von Ihnen sagen wird das verändern! Die Menschen, Lord Yusas included! Das wird nicht notwendig sein. Was? Impossible! Lord Rufus? Lord Rufus? Wir haben gehört, dass du in der Künstler in der Künstler. Wie? Warum? Ich habe eine Nachricht von der Akademie in der Nacht heute bekommen, und ich habe mit dem Flugzeug zurückgebracht, so schnell wie ich konnte. Mit deinem Anstruktor. Was? Sie sind alle alles gut gemacht. Instruktor Sarah? Was sind Sie hier? Ich habe dazu gebetet, auf die Verlusten, mehr oder weniger. Ich will hier alles aufhören. Sie werden alle zurückkommen zu Ihren Posten. Aber Lord Rufus, mit sehr Dank. I've already informed my father, or do you intend to embarrass me beyond your other transgressions? Of course not. Second company, withdraw! Sir! Please excuse us. Oh my. You can tell they're well trained, if nothing else. The Provincial Army takes its training very seriously, of course. Though I resent the mere notion that it could be misused so grievously. I'm sure you do. So, what brings you here, instructor? Seriously, why are you here? Your timing is a little too convenient. Did you come after receiving word from the Provincial Army? Nope. I actually heard about what was happening a little earlier from a friend of mine. As soon as the news reached my ears, I shot to my feet and got right in contact with the Director here. And he was kind enough to give me a ride on his airship back from the Capitol. I don't know what to say. Honestly, you seem to be prepared for virtually everything. Wait a second. Director? Oh! You don't know yet, do you? I also serve as a permanent member of the Academy's Board of Directors. Perhaps we'll have the opportunity to meet again in that capacity. The Board of Directors? Why is this the first I'm hearing of this? I decided to keep it a secret so I could see the look on your face when you found out. I'm not the only member of the Board, though, of course. I'm simply one of three permanent members. That explains why you knew so much about Class VII. Way too well prepared. Tiffy. Still, I had no idea my father would attempt something so foolish while I was away. He's always been an obstinate man, but he's simply gone too far this time. As a member of the Academy's Board, I cannot remotely condone the unlawful arrest of a student. Rufus. Thank you for your concern. And thus ended their second field study. As the hour was late, they returned to the role in Bariah Head for a good night's sleep, exhausted from the day's events. The next morning, Reen and the other members of Group A bid farewell to the city and set off with Sarah. Oh, it's been a long time ago, as I thought of it. Almost three hours now. With the other stuff. Also, for every field study you're probably already five hours beschäftigt. And on the day 31. We'll see you then. Bye. 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 Der Freund von der Sarah. Rufus Alborea? I've heard people say he's the sharpest noble of the bunch, but still. What business could he possibly have over by the canyon so early in the morning? Is that what you were about to ask? Who are you? Pay me no mind. I'm but a low-ranking noble. I've been watching over those young students to see what they're capable of, much like yourself. Really now? You'll forgive me for asking, but you look awfully like someone a couple of acquaintances mentioned to me a long time ago. You wouldn't happen to have some fancy-sounding stage name or anything, would you? Haha, you'll just have to find that out on your own. Your acquaintances wouldn't be a certain innocent young couple from a foreign land, though, would they? You'll just have to find that out on your own. Indeed. Well, if you'll please excuse me, it's almost time for the airship to depart, and I really must be getting back to Heimdall. May we meet again, young Bracer? Do give my regards to the purple lightning, if you would. Was ist das für eine? Was? Die wird man nicht schlau. Ah, as if the situation weren't messy enough. It seems we've got another source of trouble on our hands now. I'd better let the others know. Just in case. And you call yourselves Teenagers. Unlike me, you actually get to go to sleep every night. You should be full of energy by this point in the day. Give me a break. Considering all that's happened this weekend, I think we can be forgiven for being a little tired. Well, that's certainly true enough. Group B had their fair share of problems to deal with as well, but they weren't quite as serious as yours. Although they were of a similar nature. What do you mean exactly? Did they also wind up getting involved in a conflict between the two factions? More or less. St. Ark is another territory belonging to one of the Four Great Houses, after all. So they got themselves caught up in a bit of trouble. The four of them managed to get through it together in the end, though. Well, that's good. That's a relief, yeah. But, Sarah, just what kind of mirror did they pour into buffing up Aurok's fort anyway? What we saw was nuts. So I've heard. And the Provincial Army isn't the only force trying to improve its armaments. The Imperial Army is doing the same. With the Blood and Iron Chancellor and his twenty armored divisions squarely at the center. Really? How should the Military Academy- How should we act in a situation like this? Thor's graduates join both the Provincial and Imperial armies, right? That's nothing you need to be worrying about. Not right now, at least. You're at the Academy to learn. That's all you should be focusing on. While you're there, it's true that you may be forced to acknowledge some of the more unpleasant realities of Erebonia, but I believe there's something special to be gained from that. Something you can only gain now, at this moment in time. So long as you're together with your friends and classmates, people for whom there is no substitute. Maybe when you graduate and go out into the world, much of what you've learned at Thor's will have little meaning. But I still truly believe that sometime, somehow, what you experience as part of Class 7 will be an invaluable treasure to you. It may not seem that way now, but I know in my heart that it will someday. Instructor... You almost had me there for a moment. That was the last thing I ever thought I'd hear from you. Hey! What's with all the laughing? I'm really sorry. Your words were quite touching, but... Coming out of your mouth, they were just... Painfully droll. Something we can only gain now, at this moment in time. So long as we're with our friends and classmates, for whom there is no substitute. Stop that! Are you trying to kill me? You kids are awful. I was being serious, you know. Why must this instructor thing be so difficult sometimes? Ah, it looks like they got back okay. Huh? So glad I didn't have to bust in and save them. I thought it was all over when I got spotted at the fort, though. Hey, hey! White Rabbit here! Uh-huh! Everything went A-OK! Ah, don't sweat the details. I did what I was supposed to. No sign of them, though. But I did find a bunch of other interesting stuff. What? Fake intel? Well, someone managed to get a leg up on you and Gramps? Must have been one heck of a guy. Huh? Me? I'm gonna go meet up with Claire now. Gotcha! See you then, Lecter! Hmm... I wonder what that military academy they mentioned is all about. Haha, sounds kind of fun! Lammy! Ja, ja, we're done here! Let's go, Eric Getlem! Das ist ja noch um technologisch noch weiter. Drinke sind bei mir irgendwann. Gute zeigen, alle. Burden City. Oh, ich muss jetzt aufhören, aber ich will noch sehen, wenn sie heimkommen. Was? Oh, komm, ihr könnt doch jetzt einfach zwei Wochen vorspulen. Ich dachte, der kommt dann, hey, was ist denn so passiert? Und hey, was geht ab und hoch? Näh. Es war das Mittwoch Juni. Mit dem Sommer gut unterwegs, ein Räni Spell scheint zu hangen über Trista. Mit der FIELD-Studie warst, andere Mitglieder der Klasse 7 und ich zurückgekommen zu normalen Schule. Aber, wenn wir gedacht, dass wir die Herausforderungen haben, und die Breakneck-Nech-Workload haben, ein Moment der Dread warst uns, für uns. Wir machen unser Blut run cold. Der Kripp spricht aus. Sie sind unsere Lehrerin. Als ich erinnere mich, sind Sie in der Angst, von der Vise-Principal, wenn unsere Leistung nicht gut ist? Oh, ich bin nicht zufrieden. 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 Das ist schwer. Das ist echt schwer. Rechts die zwei interessiert mich gar nicht. Der Jusis und... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Elliot und Machina ist eigentlich auch eher weniger. Jetzt ist bloß die Frage, machen wir... machen wir die Alice? Nein, Alyssa? Alyssa, ja. Und die Laura? Und dann entweder die Fee oder die Emma? Da steht immer noch Alyssa Aron, ne? Das ist doch sowieso ein Ding, Alter. Wir wissen doch, dass das die von der Reinhardt ist. Die Bilder sind auch nicht schlecht, ne? Von der Jusis finde ich echt gut. Der kommt halt da auf jeden Fall cooler rüber. Egal, an der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Trace of Cold Steel 1. Aber lustigerweise genau drei Stunden jetzt aufgenommen. Also dann, macht's gut und Servus.